Buongiorno. Guten Tag. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Salve. Grüß Gott. Möchten Sie ein Doppelzimmer? No. Noi vorremmo, volentieri, due stanze singole. Nein. Wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Due stanze singole. Un momento. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Sì. Lei è fortunato. Ja. Sie haben Glück. Ja. Sie haben Glück. Noi abbiamo ancora una singola stanza libera. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Quanto tempo vorrebbe lei rimanere? Wie lange möchten Sie bleiben? Wie lange möchten Sie bleiben? Due notti. Quanto costa una stanza singola? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? La stanza costa 65 Euro per notte. Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Con colazione? Mit frühstück? Mit frühstück? No. Il prezzo è senza colazione. Nein. Der prez ist ohne frühstück. Nein. Der prez ist ohne frühstück. La colazione costa 20 Euro extra. Das frühstück kostet 20 Euro extra. Das frühstück kostet 20 Euro extra. Esso è costoso. Das ist teuer. Das ist teuer. Alla stanza. Una connessione Internet. Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Si. Tutte le stanze hanno una connessione Internet. Un Televisore, un Minibar e un Letto. Ja. Alle Zimmer haben einen Internetanschluss. Einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. Ja. Alle Zimmer haben einen Internetanschluss. Einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. C'è anche una sala ristorante? Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Si. Naturalmente. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Un ristorante con specialità italiane. Ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Bene. Noi prendiamo la stanza. Gut. Wir nehmen die Zimmer. Gut. Wir nehmen die Zimmer. Io ho bisogno ancora del vostro indirizzo. Ich brauche noch ihre Adresse. Ich brauche noch ihre Adresse. Qual è vostro codice postale? Was ist Ihre Postleitzahl? Hauptstraße 25 in Marburg. Hauptstraße 25 in Marburg. 3 5 0 3 7. 3 5 0 3 7. Grazie. Danke. Paga lei con la carta di credito? Zahlen sie mit Kreditkarte? Zahlen sie mit Kreditkarte? No. Io pago in contanti. E tu? Nein. Ich zahle bar. Und du? Nein. Ich zahle bar. Und du? Io pago invece con carta di credito. Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Qui sono vostre Stanza Chavi. Hier sind ihre Zimmerschlüssel. Hier sind ihre Zimmerschlüssel. Il suo numero Stanza è il 405. E il suo numero Stanza è il 407. Ihre Zimmernummer ist die 405. Und ihre Zimmernummer ist die 407. Ihre Zimmernummer ist die 405. Und ihre Zimmernummer ist die 407. Buon soggiorno. Schönen Aufenthalt. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Danke. Guten Tag. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Grüß Gott. Möchten Sie ein Doppelzimmer? Nein. Wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Ja, Sie haben Glück. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Mit Frühstück? Nein. Der Preis ist ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Das ist teuer. Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Ja. Alle Zimmer haben einen Internetanschluss. Einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. Gibt es auch ein Hotel-Restaurant? Ja, natürlich. Ein italienisches Spezialitäten-Restaurant. Gut. Wir nehmen die Zimmer. Ich brauche noch Ihre Adresse. Hauptstraße 25 in Marburg. Was ist Ihre Postleitzahl? 35 037. Danke. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Nein. Ich zahle bar. Und du? Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Hier sind Ihre Zimmerschlüssel. Ihre Zimmernummer ist die 405 und Ihre Zimmernummer ist die 407. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Danke. Buongiorno. Guten Tag. Allei ancora una stanza libera? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Salve. Grüß Gott. Vorrebbe lei una stanza doppia? Möchten Sie ein Doppelzimmer? Möchten Sie ein Doppelzimmer? No. Noi vorremmo, volentieri, due stanze singole. Nein. Wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Nein. Wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Due stanze singole. Un momento. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Moment mal. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Sì. Lei è fortunato. Ja. Sie haben Glück. Ja. Sie haben Glück. Noi abbiamo ancora una singola stanza libera. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Quanto tempo vorrebbe lei rimanere? Wie lange möchten Sie bleiben? Wie lange möchten Sie bleiben? Due notti. Quanto costa una stanza singola? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? La stanza costa 65 Euro per notte. Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Con colazione? Mit frühstück? Mit frühstück? No. Il prezzo è senza colazione. Nein. Der preis ist ohne frühstück. Nein. Der preis ist ohne frühstück. La colazione costa 20 Euro extra. Das frühstück kostet 20 Euro extra. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Esso è costoso. Das ist teuer. Das ist teuer. Alla stanza. Una connessione Internet. Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Si. Tutte le stanze hanno una connessione Internet. Un televisore. Un minibar. E un letto. Ja. Alle Zimmer haben einen Internetanschluss. Einen Fernseher. Eine minibar. Und ein Bad. C'è anche una sala ristorante? Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Si. Naturalmente. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Un ristorante con specialità italiane. Einen italienischen Spezialitätenrestaurant. Einen italienischen Spezialitätenrestaurant. Bene. Noi prendiamo la stanza. Gut. Wir nehmen die Zimmer. Gut. Wir nehmen die Zimmer. Io ho bisogno ancora del vostro indirizzo. Ich brauche noch Ihre Adresse. Ich brauche noch Ihre Adresse. Qual è vostro codice postale? Was ist Ihre Postleitzahl? Was ist Ihre Postleitzahl? Hauptstraße 25. In Marburg. Hauptstraße 25. In Marburg. 3-5-0-3-7. 3-5-0-3-7. Grazie. Danke. Paga lei con la carta di credito? Zahlen Sie mit Kreditkarte? Zahlen Sie mit Kreditkarte? No. Io pago in contanti. E tu? Nein. Ich zahle bar. Und du? Nein. Ich zahle bar. Und du? Io pago invece con carta di credito. Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Qui sono vostre Stanzachiavi. Hier sind Ihre Zimmerschlüssel. Hier sind Ihre Zimmerschlüssel. Il suo numero Stanza è il 405 e il suo numero Stanza è il 407. Buon soggiorno. Schönen Aufenthalt. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Danke. Guten Tag. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Grüß Gott. Grüß Gott. Möchten Sie ein Doppelzimmer? Nein. Wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Ja. Ja. Sie haben Glück. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Mit Frühstück? Nein. Der Preis ist ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Das ist teuer. Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Ja. Alle Zimmer haben einen Internetanschluss. Einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Ja, natürlich. Ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Gut. Wir nehmen die Zimmer. Ich brauche noch Ihre Adresse. Hauptstraße 25 in Marburg. Was ist Ihre Postleitzahl? 35 037. Danke. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Nein. Ich zahle bar. Und du? Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Hier sind Ihre Zimmerschlüssel. Ihre Zimmernummer ist die 405 und Ihre Zimmernummer ist die 407. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.